Ab ins Berliner Nachtleben? Die Spaßvögel Chris Pratt und Jennifer Lawrence stehen schließlich vor allem für eins, gute Laune. Die verbreiten sie bei der Vorstellung ihres Sci-Fi-Films Passengers auch in der deutschen Hauptstadt. Vor allem Chris Pratt scheint sich unter den Berlinern pudelwohl zu fühlen. Na dann, los geht's! Die Berliner Partylöwen würden sich über einen Clubbesuch von Jennifer Lawrence und Chris Pratt sicher sehr freuen.